Okay, ich bin halt die ganze Zeit verkackt ab Crewmate, Leute. Was mache ich denn falsch? Ist es der Luftballon? Ist es die Jacke? Was ist das Problem? Wie viele Runden macht ihr? Boah, ich weiß es nicht, Lilian. Ich weiß es nicht. Wenn du mitspielst, machen wir danach nur noch eine, damit du nicht mitspielen kannst. Mann. Ja, die Spinne auf der Nase. Das wird es wahrscheinlich sein. Sternstuppe, danke für diese 10. Vielen, vielen Dank. Und Nigage Rock, danke schön für 15 Monate. Süß siehst du aus. Ja, danke. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Mann, Quincy, ich glaube, wir müssen ein anderes Outfit uns überlesen. Ich glaube nicht, dass es der Luftballon ist. Vielleicht ist es aber auch doch der Luftballon. Ich bin tot. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass Träumchen in dieser Runde eine ganz, ganz böse Seele ist mit ihrer Rolle. Entweder siehst du den Joker oder der Imposter. Eins von beiden. Glaub ich. Träumchen, kill mich. Komm, komm. Sledge mich weg. Fuck. Konzentration, Kevin. Fokus. Mach Fokus. Hey, Träumchen, was geht? Hey, Peg. Junge, was macht ihr hier alle? Oha, Cass! Ja, okay, Cass macht gerade... Er will bestimmt das Doppelte wieder machen. Er will wieder gleich... Also, es könnte sein, dass er als Imposter halt quasi agiert. Lass mal gleich ganz genau hinhören, was der sagt. Lass einfach gleich ganz genau hinhören, was der sagt. Es kann halt wirklich sein, dass er die Schiene nochmal bringen möchte. Cody liegt am rechten Reaktor. Also nicht am Reaktor, sondern drunter am Gas auffüllen. Auf der linken Seite. Rechte Seite. Auf der rechten Seite, ne. Rechte Seite. Ach, das ist ja ein Benzin. Benzin. Wo kamst du her? Äh, jetzt gerade? Ja, du warst gerade mit bei mir und Lenno. Ähm, ich war erst in Weapons und Communication, um den Download und Upload zu machen. Und dann war ich kurz im Admin drin, um zu checken, ob jemand gestorben ist. Dann habe ich aufs Admin-Panel geguckt, hatte einen Punkt in O2 gesehen und wollte deswegen in O2 gucken, ob da jemand liegt. Okay. So, mein Lofi. Nun. Wer ist denn der Engineer? Schließanschlussrunde erlaubet. Aber ich habe jemanden gesehen, der Engineer sein könnte, deswegen frage ich halt. Also der Engineer kann sich gerne zu zeigen geben jetzt. Zu zweit sagen. Wäre nice. Boah, weiß nicht, würde ich tatsächlich jetzt noch nicht machen in so einer frühen Runde. Ich dachte, du saßt es jetzt in der Rolle des Engineers. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich meine nur allgemein. Das ist einfach gut. Bei mir ist Käse ist gewendet. Käse ist halt gewendet so. Ja. Okay, ich habe einen Tag. Bei mir wird angezeigt, dass Käse tot ist. War gut. Ja, woher weiß ich denn, ob du Engineer bist oder nicht? Weil ich extra tot hier umgewendet bin. Ja und, das heißt doch nichts. Das hast du davor auch gerade gemacht. Das hast du in der Runde auch gemacht, ja. Ja, eben. Ich bin jetzt tot. Warum, aber warum sollte man sich denn fronten jetzt als Imposter? Wieso? Du kannst ja eine Gefahr sein in den Vents, aber das ist halt das Ding. Wenn ich dich wenden sehe, dann spreche ich das doch an. Das ist doch logisch. Also. Eben nicht, wenn man weiß, dass es diese Rolle gibt, aber egal. Ja, aber ich weiß doch nicht, dass du der Engineer bist, Mann. Ja, aber wenn man so ein bisschen fein denkt, kann man sich das schon... Ja, aber du hast doch die Runde davor, hast du genau das Gleiche gemacht als Imposter. Wieso soll ich dann erst recht nicht fragen? Ja, geil, aber dass ich jetzt wirklich Engineer bin. Ja, das kann sein. Kann sein, aber trotzdem ist ja logisch, dass ich das dann frage. Imposter-Bug. Hä, was ist das denn für eine Logik von ihm, Alter? Will er mich verarschen? So, er sagt, ey, ist doch obviest, dass ich das mache als Engineer, so vor dir rumhüpfe. Aber in der Runde davor macht er es halt als Imposter genauso. Wo ist das obviest dann? So, ist halt Schwachsinn. Das ist doch logisch, dass ich dann frage. Käse, Junge, das geht doch besser. Mensch. Käse, komm, ey. Bisschen, bisschen, bisschen reflektierter an die Sache rangehen. Also entweder Käse ist halt jetzt wirklich abgefuckt oder so, weil er Imposter ist. Aber macht halt gar keinen Sinn, dass er gerade so... Es könnte halt sein, dass er das gerade faked, seine Agro-Niss. Ja, dass er das faked. Ähm, damit halt jetzt alle wirklich denken, dass er Engineer ist. Aber ich sehe jetzt da eigentlich keinen Fehler an meiner Seite. Was soll ich sonst machen? Wie lange spielt denn hier schon, dass die zweite Runde... Ey, Ellie, Alter, Ellie ist in der Haus, Leute. Verneigt euch vor Ellie. Ne, macht nicht. Die hebt dann ab. Das brauchen wir nicht. Hä, wieso habe ich... Lol. Das ist Buggy. Bitte, lass mich nicht sterben, ey. Ey, wo geht Ellie denn hin? Piss dich. Lass mich bloß in Ruhe, Luke. Pika kommt da lang. Okay. Leno wollte... Also Leno ist halt inszener links, um zu checken, ob da jemand liegt. Ich glaube, er ist eigentlich safe. Könnte man halt meinen, ne? Oder hoffen. Was macht er da die ganze Zeit, Alter? Bitte töte mich nicht. Danke. Bin ich jetzt fertig? Und was ist hier los? Hier laufen die ganze Zeit Leute durch mein Gesicht. Ich mag sowas nicht. Aber gar nicht, wenn man sich nicht kennt. Das macht man einfach nicht. Oh. Ich bin durch. Auch wenn da oben rechts noch ein Pfeil angezeigt wird, aber ich bin durch. Als ob hier noch keine Leiche gefunden wurde. Also da ist ja dieser Klotz und links von dem Klotz liegt die. Was für ein Klotz? Achso, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja, ja. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Und links davon. Okay, es liegt immer noch. Wie kann das denn sein, ey? Ich bin... Das war gut, dass du mich so gesasst hast. Deswegen will mich jetzt keiner killen. Wieso soll dich jetzt keiner killen wollen? Warum? Oha, Basic Among Us deswegen. Curry kam mit mir aus... Äh... Lab. Richtig. Leno war derjenige, der schon dastand, als wir alle zum Lichtlicht. Ich kam. Ja. Ja, wo warst du hervor? Ich kam von Koms in der Mitte. Ich hab da diesen Schieberegler verdreht, dann bin ich hochgelaufen und das Licht ausging. Und dann gehen die Türen auch um mich herum zu. Also ich denke mal, jemand wollte halt unten up-safen. Aha. Was war denn mit Pika? Pika war doch auch da, oder nicht? Wo jetzt? Ja, linke Seite vorhin. Ganz am Anfang, ja. Jetzt zum Schluss nicht? Nee, jetzt zum Schluss war ich oben an der Rakete bei den Ausrufezeichen. Aha, okay. Stimmt, das hab ich in der Camp gesehen. Okay, was mit Dommel? Wo war Dommel? Ich war jetzt zuletzt am Admin-Table halt mit gewesen. Du bist durch Specimen durch, ne? War jemand mit dir dabei, oder was? Hat das hier gesehen? Luke hat's gesehen? Äh, ich hab nur gesehen, wie er rein ist. Ich hab unten gesehen. Was? Ich hab Peg im Admin gesehen, unten. Ich bin bei Specimen gewesen, bin da rausgegangen und dann hoch zum Lab wieder mit der Rakete da. Den hab ich nämlich noch an der Lifeline gesehen und dann bin ich hoch, hab mein Labyrinth gemacht, dann bin ich in den Lab reingewendet, um da meine restlichen Aufgaben zu machen. Und Peg hab ich auch noch an der Lifeline getroffen. True. Okay. Also der war tatsächlich, der ist Richtung Admin runtergegangen. Ja, kann ja sein, aber macht dann noch weniger Sinn, dass Dommel Sass ist, weil warum sollte er sagen, dass er Admin ist, wenn er weiß, dass er da jemand gekillt hat? Macht gar keinen Sinn. Ja, vielleicht, weil er nicht dachte, dass jemand weiß, dass Peg da... Dann bleibt er einfach da stehen, oder was? Ja, genau. Keine Ahnung. Also, ich hab niemanden... Also, macht für mich eigentlich wenig Sinn. So, dass irgendwie so... Keine Ahnung. Also, Voten ist ja sowieso jetzt noch nicht drin, aber... Das Einzige, was ich für mich ein bisschen komisch wüsste, ist Lennot, der Einzige, der halt links stand, so. Hm. Weil ich bin mit Luke... Ich bin mit Luke... Mit wem bin ich noch dahin gelaufen? Ariel, glaub ich auch, ne? Ja, ja. Wir haben eben noch... Äh... Warriors gemacht. Ja, also wir kommen auf jeden Fall. Wahrscheinlich kill ich immer nur noch zu und geh dann hoch Licht machen. Ja, wahrscheinlich machst du es wirklich. Ja, dann zieht Dommel auch. Wahrscheinlich macht das wirklich, Alter. Lennot geht halt links hoch. Äh, rechts hoch, meine ich. Ich bin durch, deswegen... Also, ich glaub, ich werd sterben. Ich glaub, Ariel ist safe. Ja, mach mal. Komm mit. Komm doch mit. Oh, nein. Stark. Okay, 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 okay. Okay, okay, es geht wieder rein. Alles klar. Jo, moin. Was geht ab? Alles fit bei euch, oder was? Ah, Lennot. Guck mal, Lennot geht sonst immer mit Leuten mit, irgendwie so. Er hat, er, also er fällt sich, als hätte er gar keine Angst vor irgendwas, weißt du? So, ich weiß nicht. Ich find's ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Ich weiß nicht. Meint ihr nicht, Leute, so ein bisschen Lennot-Sassi, Alter? Ich bin mir nicht sicher. Lennot gerade schon linke Seite gewesen, alleine. Jetzt geht Licht aus. Mhm. Geeker. Mhm. Wir müssen doch eigentlich mal geschafft haben. Warte mal, die sind an den Kameras, ne? Kameras, hallo. Hallo? Will mich jemanden umbringen? Versucht mich als Köder für die Crew zu opfern, Leute. Casey könnte Sass sein, bin ich mir aber nicht so sicher. Weiß ich nicht. Ich glaub, Luke ist safe. Guck, mach grad Aufgaben hier. Wahrscheinlich ist hier jemand tot, ne? Ne? Keiner tot? Oh. Stark. Admin vielleicht ein bisschen? Ach, hör doch auf. Leck mich fett, Alter. Was mit euch? Benno, Pika, Ariel. Wann komm's? Benno und Pika laufen gerade alleine weg. Also wenn einer von den beiden tot ist, sind wir safe. Wir haben bisher keine Poster. Admin bin ich alleine. Ey, was ist hier los? Drei. Zwei bei O2. O2 ist die ganze Zeit jemand drin, ne? O2 ist die ganze Zeit jemand drin. Also entweder da sitzt jemand im Vent. Oder Leiche. Eins von beiden. Loi. Okay. Okay, 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 okay. Here we go. Cas war Engineer halt. Safe. Ähm. Luke. Du kamst gerade zum Schluss, hab ich dich gesehen, als ich von Admin weggelaufen bin, kamst du aus Specimen, ne? Richtig. Ich bin da einmal durch, um zu gucken, ob da irgendwas was Verdächtiges ist. Okay, okay. Ganz kurz, Dommer hat sich gerade sehr verdächtig verhalten. Er stand nämlich unten links, äh, neben der unteren Schleuse am Vent. Ja, hab ich auch. In den Büchern. Und bin hoch und runter gelaufen. Ist die ganze Zeit hinterher gelaufen. Weiß ich mehr, was ich machen soll, weil ich... Ich trete auch noch vor, die ganze Zeit am Live-Learn. ... die Leute hinterher, weil das Scheiß ist für einen Imposter, wenn man an Dom... Ja, aber Quatsch, hör doch auf damit. Darf ich mal, wärst du jetzt Imposter, ähm, könntest du einfach killen und in den Vent springen? Ja, wir standen die ganze Zeit an Live-Learns vorher. Dann hätt ich dich ja killen können, aber... Genauso wie ich. Ja, 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 richtig. Gut, dann lauf ich einfach weiter halt herum. Ariel, wo warst du? Äh, ich war zuerst an den Camps und dann bin ich zum Schluss mit dir, glaub ich, in Admin rein. Du bist dann runter Richtung Specimen und ich bin... Nee, ich war die ganze Zeit bei Admin. Ich war die ganze Zeit bei Admin. Ja, aber du bist in der Runde abgebogen halt. Okay, dann warst du der Typ, der die ganze Zeit angezeigt wurde, okay. Also, es waren bei O2 zwei Leute zu sehen. Und eine Person sehr lange. Ähm, die einzigen Personen, die nachdem Camps down war und wir gefixt hatten, die da in die Richtung abgebogen sind, waren Leno und Pika. Ich bin Weapons-Gesend danach. Ja, das kann sein. Du standst in Admin drin. Oh, Pika, wo bist du hingelaufen? Boah. Ander als die Camps aus waren, oder was? Ja, wo bist du hingelaufen danach? Richtig. Danach. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall am Ende dabei. Du bist nach links abgebogen. Du bist... Nein, ich frag dich nach dem, wie die Camps ausgegangen sind. Ja, ich hab... Bei mir ist einmal Pika in den Raum gelaufen. Nach reichen. Keine Ahnung. Ja, warte mal. Dann kam er mal bei mir rein. Nein, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Du musst ja wissen, wo du lang gelaufen bist. So. Du bist... Komms runter und dann mit Leno nach links. Leno ist Weapons rein. Hab ich auch in Admin gesehen. Und du? Wo bist du dann hingelaufen? Du weißt doch, wo du hingelaufen bist, oder nicht? Oder ein bisschen schwarzes Loch reingefallen. Ne, ich bin, glaub ich, wieder zurückgegangen und dann... Du bist wieder zurückgegangen, aber warum änderst du die Richtung? So ab... Weil ich gucken wollte, was Leno macht. Hä? Gerade wusste ich manchmal... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber dafür, dass du gerade noch nicht wusstest, wo du lang gelaufen bist, weil du Leichen gucken wolltest, weißt du jetzt auf einmal, dass du gucken wolltest, was Leno macht, oder was? Weil ich nicht wusste... Ja, sorry, sorry. Ich wote Pika, wir müssen sowieso jemanden wohnen. Ja, ist klar. Das sind die beiden Personen, die für mich... Eigentlich alleine gesasst sind, so. So, Luke ist safe, er hätte mich tausendmal killen können. Ariel war auch die rechte Seite die ganze Zeit. Leno war vorhin schon alleine am Lichtschalter, heißt natürlich gar nichts. Aber Pika, was da gerade gesagt wurde, das war leider ein bisschen für mich jetzt ein bisschen komisch. Ich hoffe, das ist safe, Alter. Letzte Aufgabe. Bin da durch. Der hat sich übelst verhaspelt, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Er sagt, er weiß nicht, wo er lang gelaufen ist, wollte Leichen gucken. Nice. Keine Chance. Sauber. Oh, Leno. Ich hab ihn nicht mal gekillt. Ich hab ihn nicht mal gekillt. Ich war das. Ich wusste es wirklich nicht. Aber du hast sicher wieder gesprochen. Ich hab ihn nicht mal geteilt. Vielen Dank.